hallo und herzlich willkommen zu einem tutorial mein name ist karlana auf mehrfachen wunsch werde ich jetzt hier eine serie an tutorials raus bringen über das programm rust edit und heute möchte ich euch den unterschied zeigen zwischen den procedural maps und den dazugehörigen ladezeiten eine procedural map herzustellen ist ganz einfach wir gehen hier auf neue map nehmen eine größe von 6000 gehen auf eine bodenhöhe von 501 das ist praktisch die bodenhöhe die dann auch mit der wasserkante einstimmt also die gleiche höhe hat und wir lassen jetzt hier mal die voreinstellungen von der high map auflösung dann klickt ihr einfach auf erstellen so als nächstes gehen wir auf werkzeug procedural werkzeug standard und lassen uns alles generieren was es gibt bestätigen und dann dauert das ganze einen moment so wie ihr sehen könnt haben wir jetzt hier die procedural map 6000er größe mit allen monumenten mit wüste mit gras die einzelnen biomen und schnee bei den momenten haben wir die ganzen tunnel verbindungen hier die tunnel verbindungen ich mach mal ansicht außer aus also die monumente sind jetzt alle einander verbunden den tunnels tunnel anzeigen tunnel anzeigen ja also wie ihr sehen könnt sind alle monumente miteinander verbunden wo alle monumente drauf sind flüsse und alles was ihr braucht jetzt könnt ihr natürlich oder müsst ihr natürlich hergehen und das ganze noch ein bisschen nacharbeiten zum beispiel hier an den straßen die sind meistens bisschen komisch zusammengesetzt die könnt ihr einfach nach bearbeiten mit den anklicken auf pfade und dann geht ihr auf road und klickt die straße an und hier habt ihr dann die bearbeitungspunkte die ihr dann dementsprechend anpassen könnt also bei den straßen muss man immer wieder nacharbeiten aber ansonsten haben wir jetzt einfach eine procedural map hergestellt mit ein paar klicks wo alles drauf ist was ihr braucht und was es gibt und jetzt kommen wir zum nächsten ich habe jetzt wieder eine map erstellt auf datei eine 6000er map bodenhöhe wieder 501 gemacht und hier bei der high map auflösung 513 angegeben diese maps seht ihr jetzt hier es sind wieder alle standard monumente dabei alle felsen alles was ihr braucht und von rast kriegen könnt hier natürlich auch wieder straßen nach bearbeiten ganz wichtig und jetzt könnt ihr auch diese map wieder euren wünschen anpassen jetzt zu den einzelnen auflösungen die erste map die wir generiert haben mit 4097 von der auflösung braucht 59.958 kb das ist natürlich viel die zweite map die wir generiert haben genauso ausschaut hat eine auflösung von 513 und nur eine größe von 10.097 kb also ein mächtiger unterschied das dankend dann eure spieler euch wenn sie auf der karte spielen und die fps im spiel immer gut ist und die grafik nicht ruckelt und alles passt hier nochmal für euch zur veranschaulichung wir haben also hier die texturen unterschiede also ich kann nichts erkennen keinen unterschied zwischen 285 kb bei einer 513 generierten auflösung und einer 4097 auflösung mit also hier 661 kb also das ist wirklich ein unterschied wenn ihr maps erstellt nehmt am besten immer die dann bedanke ich mich bei euch fürs zuschauen lasst mir einen kommentar da gebt mir ein like und ich hoffe wir sehen uns im nächsten teil euer Kata